Mein Sohn bekommt heute, ups, eine Dino-Butterbrot-Dose. Hier einmal der Einleger erstmal dafür, total knuffig mit den Dinos. Dann zwei Vollkorn-Toast mit Hähnchenbrust belegt. Dann bekommt er hier so einen kleinen Dino-Ausstecher. Und dann sieht das Toastbrot aus wie ein kleiner Dino. Dann habe ich hier einmal einen Apfel in Scheiben geschnitten und meinen Dino-Ausstecher genommen in klein. Und dann gibt es so ganz kleine Dino-Äpfelchen. Der Bruder von meinem Freund hat dann die Reste gegessen. Dann habe ich hier diese Mais-Krokodile gefunden. Krokodile sind ja so ein bisschen wie Dinos. Dann habe ich hier noch Buttermilch-Waffeln gemacht. Das Rezept schreibe ich euch auf jeden Fall in die Kommentare. Und das habe ich dann in ein Waffeleisen gemacht. Und damit wollte ich Dino-Eier herstellen. Und die habe ich dann da reingelegt. Und das ist die fertige Dino-Box.